Menschen brauchen 40 Jahre, um über die ersten sechs hinweg zu kommen. Fass dich mal in die eigene Nase. Wenn du dich besonders wertvoll fühlst, wenn du gelobt wirst, dann machst du dich gerade abhängig von anderen Menschen. Wenn du dich besonders wertvoll fühlst, weil du einen Erfolg erzielst, dann machst du dich abhängig von deiner Leistung. Und jetzt passiert Folgendes. Mit dieser Art von Selbstwertgefühl, die nicht natürlich ist, erziehen wir andere Menschen. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Spezialisten benötigt hast, also Unterstützung benötigt hast von einem Psychologen oder Therapeuten. Zu mir hat mal einer gesagt, wenn du bei mir einen Termin haben möchtest, dauert das circa ein halbes Jahr. Und 80% der Menschen, die zu mir kommen, da ist einfach die Ursache die ersten sechs Lebensjahre. Er sagte zu mir,